Im Bordell ist wohl kaum an das Einhalten von Abstandsregeln zu denken. Das Geschäft ist ohnehin auf lange Zeit lahmgelegt. Und es könnte ein bis zwei Jahre dauern, bis Prostitution wieder virensicher wäre. Ein guter Zeitpunkt, über die Abschaffung des Gewerbes nachzudenken. Denn größtenteils ist Prostitution weiterhin Ausbeutung. Manche Prostituierte wohnen derzeit bei ihren Freiern und müssen mit ihrem Körper dafür zahlen. Ich finde, es ist richtig, über die Abschaffung nachzudenken. Denn Prostitution ist oft eng verknüpft mit Menschenhandel. Nur die wenigsten Frauen haben sich freiwillig diesen Job ausgesucht. Es gibt Dinge, die kann man nicht verbieten, sie sind einfach da. Wer Prostitution dauerhaft unter Strafe stellen möchte, der wird nicht dafür sorgen, dass sie verschwindet, sondern es wird sie halt woanders geben. In Hinterzimmern, illegal, ohne jegliche Kontrolle. Jahrelang haben Politiker daran gebastelt, das Gewerbe zu legalisieren. Krankenversicherung, Altersvorsorge, eine bessere Gesundheitsüberwachung. Ein Totalverbot wäre ein gefährlicher Rückschritt, auch in Corona-Zeiten. Schau mal hier, Beispiel Schweden. Dort gibt es seit über 20 Jahren ein Prostitutionsverbot. Schweden ist weltweit das erste Land, das begriffen hat, dass nicht die Sexarbeiter bei der Gesetzgebung im Fokus stehen müssen, sondern die Freier. Ziel sollte sein, dass weniger Männer die Dienste von Prostituierten in Anspruch nehmen. Seit der Einführung des Gesetzes ging die Zahl von ehemals 4.000 Prostituierten auf 1.000 zurück. Die Zahl der Freier ist ebenfalls auf dem Wege, sich zu halbieren. In Schweden ist es mittlerweile verpönt. Nur Loser bezahlen für Sex. Und schon wieder wird ein neues Thema aufgemacht. Corona verleitet viele Politiker dazu, Dinge, die einem nicht passen, im Zuge einer Corona-Welle abzuschaffen. Das ist gefährlich. Wir sollten uns in der Krise wirklich auf das Wesentliche konzentrieren und nicht alte populistische Themen aufwärmen. Denn die Menschen werden Corona-müde. Diese Diskussion zu führen ist wichtig, aber bitte nicht als Trittbrettfahrer, weil es zu Corona-Zeiten gerade so einfach ist, alles schnell durchzusetzen oder eben abzuschaffen.